Guck mal, guck mal. Ich gehe jetzt mal in die Lange rein. Das ist etwas Feines. Du hast mein Hinterknochen. Guck mal, die kommen so lecker. Pass auf, pass auf, pass auf. Nein, Mama! Die Flote bei Sonne. Wir bestellen nun in ihrem Plasen. Ist das nicht? Das ist eine Welt, wenn du es erworben kannst. Der Lange lasst ja nicht die Bämpe zurück hineinfallen.